Toplane brauchst du nicht mehr auf. Worüber Kutscha und ich letztes auch geredet haben. Wir müssen viel mehr Mic Checks machen. Die sind witzig. Mic Checks sind wirklich witzig. Check, checken die. Sehe, heben ja eh auf. Top to Bot. Top to Bot. Top to Bot. Top to Bot. Ja sag doch Jungle. Jungle. Top to Bot sagt er die ganze Zeit. Jungle. Mitte. Halt mal dein Maul und sag Bot, Junge. Top. Top. Mitte. Currywurst. Eddie Carey. Knetschopp. 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 Naio. Ähm, was ich nicht sagen wollte. Was ist das hier? Warum seid ihr zu dumm hier hinzugehen? Wir? Mann ey. Der hat ja recht. Der ist ja der Nice, ey. Der ist ja der Nice, ey. Nee, Johnny stellt oben. Nee, den stellst du. Aber weißt du, was ich feier bei der ESL? Nee, ich stell da kein Ward hin. Das Ticket mit Freibier heißt Gönnerticket. Du stellst dir ein Ward hin. Nein, ich brauche den fucking Lane, dann macht Sola das. Sola hast doch einen hier für seinen Lane. Oh, aber nee. Nee, nee, nee. Ich mach den Broxer. Ich starte mit W und mach Solo Red Buff. Okay. Oh. Oh. Warum kannst du da jetzt nicht Warden, Kutcher? Ich hab doch auch Warden. Weil ich geh für die Lane brauche und du nicht halt wo man hinstellt. Ja, dann ping mich doch, hä? 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 Wurde Main 20 da, ihr Cota? Ja, machen wir doch. Mach Sola jetzt. Wir wollen jetzt alle mal kurz beruhigen. Alle einmal tief einatmen. Nee, ich halte es nicht mehr aus. Alle einmal tief einatmen. Alle einmal tief einatmen. Tief einatmen. Wir fake leaschen jetzt. Ach, die waren da alle drin. Wir fake leaschen jetzt den Leash, obwohl Tim doch Bot start. Alter, die waren da alle dran. Die wollte ich da nicht Warden. Mama. Lass mal richtig Aggro spielen. Natürlich. Natürlich. Alter, in Zwischenspiel. Du wirst gleich sehen, Alter. Aber gegen das Team? Agro ist... Oh, ich bin schon ältergekommen. Nee, der hat gefaked, glaub ich. Nee, nee. Seju war 100% Bot. Die war 100% Bot. Wie die Pullen noch. Die verlieren sogar Minions. Die verlieren sogar Minions. Was haben die, Alter? Pass auf, Mitte-Gank. Ja, pass mal auf. Nee, die sind da. Seju ist Mist aber jetzt. Die ist ja auch Djunglerin, deswegen ist sie Mist. Lass mal rauf da. Ich bin ready. Pass halt vor. Musch die Scheiße rein. Wir haben vor dann, beim dritten. Jetzt, jetzt, jetzt. Lauf noch, 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 noch. Ja, die haben... Seht ihr hier oben? Okay, Flash Heal raus. Nee, hier nicht. Flash noch. Wollt ihr nicht Geheal? Ja, da war ja. Ich hab überlegt, ob ich mein eh vor dem dritten Autotick mache. Da hab ich jetzt wahrscheinlich dann sogar für den Key gereicht. So ist es schon. Push einfach weiter rein. Die verkackt so viele am Tower dann. Ja. Geht zu ihrem Red Buck? Spaß, 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 Spaß. Also, wir bot da eine Permaparer. Da kannst du invaden, wie du lustig bist. Ja, aber ich wär top auch. Ist gerade halt zum Red Buck hin. Die hat da auch ein Schild gestartet. Haha. Eck. Splayt mein ich. Tum Kopf. Haha. Wollt mal eben. Obwohl brauche ich gar nicht. Tim ist eh unten. Ja, true. Die ist auf jeden Fall topside wahrscheinlich, ne? Pass auf. Ja, ja. Oh, ja. Ist mein Mikroleise? Boah, du gehst nur im Geschrei unter. Die kommt hier glaube ich nicht. Ne, ich wart noch probisch, ne? Ne, ne später. Kann gucken, ob ich ganken kann, aber. Ne, ne. Midlands, botlands resettet, wenn du ganken willst. Ja, die haben keine Vision. Die haben keine Vision und die Tressa hat kein Flash mehr. Ja, er hat ja auch ganz topside jungle gehabt, ne? Ja, ja. Oh, weil die raus ist. Hier rauf. Ah, bisschen Angst vor Alistar. Ich geh mal Warden, vielleicht laufen die auf sich drauf dann. Mhm. Ich trade aggro, wenn sie das in will. Ich auch die Shagging hat ziemlich hart. Seht schon, seht schon, seht schon. Okay, ich hab mal Flash. Jetzt sie hat geflasht. Lasst aber. Die hat kein Flash mehr, die Seju. Was? Wo war der Base oder so? Wenn ihr rausgekommen seid, ich bin halt, also wenn die jetzt gleich Base geh, ich hab so viel Gold. Ich hab ihr auch komplett. Ich hab noch hier Flash, ich hab alles noch für die. Ich hab nichts mehr. Hab die Seju mit? Naja, die ist, mich steht in die Recall, weil die nichts zu holen hat. Oder die läuft mit. Ja, die kriegen jetzt Bot-Persure. Wir müssen dann noch einmal hart auspushen. Wir müssen dann noch einmal hart auspushen. Ah, Mecklen ist super easy. Wie man weiß nicht so richtig, was er mit Syndra machen muss. Sag das doch nicht so. Reset kurz. Botland wird jetzt resetten. Was soll ich sonst sagen? Denk mal. Dass die ein guter Spieler ist, aber du einfach der Beste bist. Oh, stimmt. Wir gewinnen halt mit Layen jedes Two und Two, ne? Aber ich glaub, wir gewinnen auch drei Bot. Da kann er weh. Da ist Alistar auch kein Flash? Haha, er wusste nicht, dass ich noch gar kein E hatte. Um Kopf. Keine Flash ist Bot-Lane. Ein bisschen wegfreezen jetzt. Ja, freeze sie einfach. Wenn die aggressiv gehen kann ich kommen. Ich geh pink Bot topside stellen. Und Mercs hier, ne? Ne. Okay. Der Q ist S. Da ist es geworden. Alistar, ne? Wenn du ignitest, meinst du nicht, wir können sogar auf den Alistar gehen? Der hat nur Guardian. Der hat nur Guardian. Komm, wir können auf den Alistar theoretisch. Also, igniten könnte ich. Die haben Vision. Die haben Vision. Wir sind schon 10 CS. Lass den kennen die nein? Kennen die nein? Der ist ja da krampisch. Was ist raus? Der kriegt halt wieder seinen Ding. Bullshit. Der kriegt halt wieder seinen WhatsApp Jungle. Oh, ich hab's bekommen. Oh, ich hab's bekommen. Der ist halt gesidestept. Scheiße. Scheiße. Na ja. Geht auch, dass die so auf mich draufjumpen können. Hier wo Sijani oder sowas? Wo die genau hin ist? Ich kann hier mehr Bot dann. Ne, keine Ahnung wo die ist. Move runter. Ich hab, ich hab 400 HP. Ich weiß nicht, ich glaub nicht, dass wir das mal sagen. Doch, ich hab Kick. Bin da. Ich will das machen. 100%ig. Wir haben beide keinen Flash. Ich move auf. Okay. Okay. Ich hab ja gesagt, das ist der cleanste dieesten Spieler der Welt bist. Weißt du, die Trussane hätte sich da grad so gedacht, okay, jetzt macht er Q, dann springe ich. Hahahaha. Wir kicken. Hattest du Drake gewascht? Wir müssen auf jeden Fall einmal base. Also ich muss base, wir auch noch nicht base. Für wie auch nicht will ich einfach nur farm so. Wir können auf Level 6 Bot dann wahrscheinlich da auf jeden Fall. Wo ist das? Roam bitte. Ne, die sind halt schon wieder keine Mana mehr. Keine Ahnung. Beide. Ey, das ist da, ist Miss. Das andere wieder da. Miss, Togart. Move auf bitte Nice Noch nicht komplett abzumachen auf seiner Kasse Schön, schön, schön Der Main Überhaupt da Kevin läuft's top Da geht der Mann Ah der Moment wo Sintra keinen Bader für die Ult hat Ich hab hier reingedrückt den R-Knopf, es passiert nichts Ja, so leck, tausend Du flächterst so richtig ins Gesicht und du merkst so richtig wie die R-Taste einfach nur tausendmal geklickt wird Oh, die arme Seju Du musst ja gerne auch zugucken wie er weg geht Ich hab Ult ab, gleich Oh, Sintra hier Ja Heidi ist wieder da Hier war ein ward, hier war ein ward wie gesagt Ich hab kick-up Achso Könnt doch noch mal mit to roben Ja, ich bin ziemlich safe eigentlich Okay, dann chill mal kurz ein bisschen Oh, hier ist ein ward Du willst roamen, ne? Leise Ja Ist aber raus Würde ich jetzt kurz machen Ja, dann lass mich mal pushen Egal Ich bleib erstmal unten Okay Ob hier ist da hier rome, denk ich Wenn die auf dich reingehen, kann ich ja auf dich backupen Wenn die zuerst dein Gate spielen, war das auf jeden Fall Ja, ich hab die spielen super safe die Farmen Ich freeze mein Ding Die sind halt einfach nur am safe spielen Dann geh ich nochmal mit dir jetzt Was? Du bist unterwegs, mitte? Jo Geht ihr hier oben Ja Ich glaub mal wo wischen Ich geh mal hier im Sweepen, falls der ward kannst du inkubieren Ja Jo Okay Aber warte, das ist doch ein CJ ward dann gewesen, oder? Oh nein Ist hier doch top lane Ist von ihr gewesen sein Ja Frisch, ne? Ja, mega Ich hab gar nicht gesehen, dass die da hingegangen ist Ich hab Flash ulti Irgendwo hier? Level 6 jetzt Ihr würd mit probieren Ja, ich hab keinen Cleans, also ich hab keine Thumbs Also wir können ziemlich sicher Ja, ich mach Flash ulti Ja Ja Go 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 What? Ah shit Da habt ihr wohl vergessen, dass das dritte an OP ist Z2 top seid Ich hab bisschen lang gezögert mit der Ult Hat sich aber actually gut gemacht, ja Da hast du keine große Zeitfahrze Ja Miss gerade Komm für die Krabbe Ich geh nochmal in die Mitte Komm hier, ich komm hier Jo Oh hier ist auch noch ein Show Ich kann auch Moven Ich kann Moven Ich kann Moven Ich kann Moven Dicks Jungle Invade wahrscheinlich Ich move Ja Ich kann auch Moven Mit mir rechnen, glaub ich nicht Mit mir schon Nice, nice, nice Sünder kommt von hinten Nice Nice, good job Wenn die Sünder hier ist, kann ich die auch noch kicken Hat die Flash? Die hat Flash Ich hab weh, ich hab weh Die hat auch noch Old Care Jetzt kann ich's ja sagen, ne Ich glaub sie hat keinen Flash Aber ich war mir nicht ganz sicher Dacht ich mir Callen mal besser mal nicht rein Komm mir runter so lang Ich hab Ignite ab Seed, du hat nicht einmal Gromp oder Wölfe bis jetzt gekriegt Hier? Richtig sad life Du wollm mich jetzt trassen? Ich hab legit die ganze Zeit Jobseid Team Nee Ich hab nichts ab Ja free, alter Passt du da meine Hilfe? Komm mal, ich komm Kannst du mir springen, oder? Ja Okay Ich gebased Lass Blue stehen, ja Das wär super Ich bin um, ich bin um Ist klar, ne Syltra kann top aus der Base kommen Kann auch Bot gegen Ja, Bot ist Base Ich muss nur mal pushen und reset Und das nicht kennenlernen Syltra ist wieder da Jetzt Moby-Woods Ich brauche mit dem Backdecks, bitte Ich hab mehr zu essen als alle von den Gegnern Scheiß Ab Äh Ja, du bist ein bisschen ahead Findste? Ja Die könnten hopp-movem von Bot, passt auf Ja, so toll Mach break Du 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 Aber also das können wir jetzt einfach so weitermachen Also die pressure mich halt Bot nicht Jo Und diven könnte mich Was auch ruhig jetzt Ja Ja Soll ich nicht Ich glaube auch, dass wir 2v2 Überlegen können Aber es ist Gewinn auf jeden Fall Aber es ist halt so ne mega Die kommen halt irgendwie immer knapp weg Das ist Lass So strong so Wir können keinen fight mit mir verlieren Wie bitte? Ich kann dann turret auch mit dir gut Also Mitte? Mitte, Mitte, Mitte Und Tristana Das geht auch Ich komme Achso Soll ich hier vielleicht raus Ich fighte mal mit denen Oh ja die jumpen rein Ich komme Wir move'n Wie auch Kann's auch ruhig abbrechen glaube ich Zuunter kommt von hier Na hoch Der hat Flash Zuunter kann gleich bei euch sein Zurück Kann ich mir mit move'n? Können wir für Turret gehen? Ja ja, kann der machen Ja Nee Jungs, sorry Ich muss erstmal Grombo Dings wieder nehmen Ja, das verstehe ich Da bin ich bei dir Wir können mitzudiven Ihr töltest dann Das hat man wahrscheinlich Doch nicht Komm, lass mal zu dem Begeister gehen Tim Du kriegst nichts mehr zu tun 150 zählt Ich 109 Das ist ein kleiner Unterschied Boah, würde ich jetzt nicht sagen Na komm Ich geh hier hin Na ja, egal Aber wie int ist sie denn schon aktuell? Ich hab die ewig nicht mehr gesehen Boah, die ist schon Nicht so gut Du machst halt nichts, wenn du einfach Pressure on Lanes hast Die ist halt schon ziemlich int Du kannst ja Tanks eigentlich nur spielen, wenn du Winning Lanes hast So Also jetzt macht das keinen Sinn Hier, der Red war auf Leute Contest Komm gleich Komm gleich Komm gleich Ich hab mich da dort im Contest Elisa Mitte siehst du ne? Tristan hat auch mit dem Nummer scheinen Ich mach nicht, mach nicht mach, nee mach Nee mach Du ich hab nicht Können wir Havage fokussen? Oh Ich bin ein bisschen out of position, glaube ich Nee, nee War ich halt zu dritt, ne? Ihr seid der dritte, gegen vielleicht fünf Ich hab ulti in 15 erst, Flash ult in 20 Durch Mitte Einfach poken Kannst du auch mit, äh so, ult hast du wann? Ich hab 8 Sekunden ult Sanna ist auf Havage spiel in der Mitte Auf Jonny auf Die sind auf, die sind auf Die sind auf Komm mal Ich hab die Ich bin leider erstmal den Show Mover auf Ich traue alles Jetzt move Tristana Mit den Red Okay, oder geht rein Komm mal Hab ihr, äh, Tzana? Tzana ist, Tzana ist Tzana ist, Tzana ist, ich bin da Kann nicht, kann nicht Komm jetzt, ich komm jetzt Äh Ich hab keine W-Ready gehabt Alter, Alter Ich werd die ganze Zeit nur CC Jo, same Belassen Da ist er Hab meine W-Ready Ich würde irgendwie dreimal genockt Was war das? Was war das denn? War schon einer, kann ich nicht haben? Mein CS Das war Hamilton mitnehmen, Jungs Ja, mach ich Ich muss eben noch Grom mitnehmen Das war irgendwie antiklimatisch Waff der die ganze Zeit hin Mund schottet mich einfach die Sündler Da war ja was Soll die Zeit lang gehen, oder was wollen wir machen? Jo, würd ich sagen Gucken noch einfach Ja, wobei Weiß ich, ob wir überhaupt booten sollten Wahrscheinlich nicht ne 1-2-1 Ja, kostet ne riesige Wave gerade die irgendwer kriegt Nimm mal wer anders Lass nochmal resetten, wir können ja die Bot Wave Die hat, ah die pusht ein bisschen zu halt ne Der hat ja nicht pusht Nimm die Funktion Wann hast du ult Kutscher? Ja, sag ich dir sofort 10,25 Ja, dann lass mit Kutscher ult gucken, dass wir irgendwo mit Harald ausfausen können Kann ich sagen Ja, lass einfach mit Längen Mit Längen mit der Prio die Vision holen, so dann Ja Kann sich hier super entspannt Die wollen mit Längen go auf mich machen Ja, ich bin da Dann, Peters Bin da, bin da, bin da Bin da, bin da Gebt denn der Silence, bitte War nett, ne? Ja, war dann einfach Du bist da selber, du bist da selber schubert Du bist da selber schubert Das war einfach 10 Du hast da, Alistair hier Ja, das ist da nicht so korrekt Die Menge an CC ist schon ein bisschen disgusting, die sie haben Hast du mal die Menge an CC gesehen? Ja, aber da sehen wir gar keinen Schaden Nein, der Wölfe bekommen Wir werden wahrscheinlich versuchen, uns zu engagen, ne? Wir können den Toilet 1000 ziemlich sichern Scheiße Die ersten Wölfe und Grub, die ich abgegeben hab Tricky Kann da irgendwer reinjumpen, dass ich da raufjumpen kann? Komm mal zu mir, komm mal zu mir, wir düsen da rein Geh, 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 Geh Ja, es braucht er wird nehmen, oder? Komm, wir diven jetzt einfach rein Komm, wir diven jetzt einfach rein, Leute Oh, ich verdriss dann Bleib nur mit, du so Jetzt, let's go Okay, okay Eigentlich hab ich nicht mal das Geräusch gehört Und ich krieg die Toilet-Ago, na klar Hier bin ich schon, Johnny Sejo, Sejo Und das da ist, bitte Ich bin halt hier auf der anderen Seite Weggesnackt Okay, nice Was ist Toilet mit dir? Da hab ich nicht ganz verstanden, ob wir alle auf der anderen Seite Das ist geil, Alter Ein bisschen deep, minimal vielleicht Ganz genau richtig Alter Ah, man merkt Na? Ja, ein bisschen Lass nochmal resetten durchdrehen, ne? Kurzer Ehre-Mann-Zitat aus dem Twitch-Chat Solche Plays Ah, hab mich kurz weggekickt Was ist Kutscher? Oh, ich komm nicht rüber, Kutscher Durch Flächen Durch Flächen Durch Flächen Durch Flächen Wirklich? Kann sein, ja Ah, ich dachte, das war so ein Fact Na, welcher für Szenen hat's meint? Oh, scheiß drauf Das passiert den besten Themen So, was jetzt? Nein Wir gehen jetzt Wotlane runter Wotlane? Oder machen wir gleich dasselbe? Dafür tagt sich die dann in Raptoren Ist so dumm, wie viel AP Benchies gibt, ne? Über 12, ne? Komm, die MR ist halt wild für das, was du kaufst Du kaufst dir so einen magischen Mantel Auf einmal hast du 60 MR, ey Richtig wild, du Das macht auf einmal das Das Item mit dem weißen MR im Game Und gibst nur 450 Gold für MR aus Klasse Was macht ihr da? Komm mal Der Alistar hat ihn dumm angeguckt Was soll er machen? Ist halt wirklich so Fert einfach reinwenden Mein Gott, tu doch auf mit der ULZ Heißt Solo für Spieler Okay, was kann ich denn dafür? Wir sind hier bitte runter zum Finishing Du nicht! Nice ULT Nice ULT Jonny Jonny ist Komplett Mantel Pringend Er hatte leider noch cooldown Ich dachte, ich hab die Pistole Erst mal ne Runde losschreien Open Ach der Silence Danke Kill Delivery System, Alter In-Delivery System von mir, Alter Komm mal Jetzt kommt er Jetzt kommt er Jaaaa Mama Fucking Silence, Mann Das ist einfach Gein Leben Und jetzt kommt er Oh 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 Das weiß ich doch Alter, der Klett damage ist aber auch Sahne Ach ficken Ach ficken Ach ficken Wie denn der Alistar, der soll zurück Raus, ich will nicht mehr Ich krieg die nicht tot Die rechte Maustaste klemmt, Jungs Oh, jetzt kommt er Oh ne Junge, die Die machen ja gar keinen Schaden Oh Skurva Da bin ich ganz schnell Warum hast du das nicht gesagt? Soda ist schon in Jugoslawien Alter Gar kein Bock ob die Chance Alter Ich hab den ganzen Fall mit 200 HP gespielt Du musst vor allem Angst haben Ich will raus Ich will raus Ich will raus Was sind so die Coins beim Spanneranferno Bitte nicht Du gehst da jetzt rein Du willst einfach mit Klett und einmal runterrennen Ich will das einfach machen Ja das wollte ich ja hinter ihm tun Dann lass noch Nation vorher holen Kriegen die Minions auch den Move and Speed? Du musst die Meta ablegen Im Makro-Game Hey Was? Kriegen die Minions auch den Move and Speed? Ja Nice Dann seh ich uns da bitte Ich brauch noch 10 Kills Obwohl ich weiß grad gar nicht Da steht Allies Ob das jetzt auch die Minions 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 Doch doch das zählt Weil Shoraya steht auch Allies und das zählt Weil Shoraya steht auch Allies und das zählt Warte runter Warte ist denn das hier Mach nicht den Johnny Ok du hast mir das Das Mikro gegeben Was? Wollen wir den machen oder nicht schnell? Ne ich gebe es Komm wir machen auch den Baron Ja Ne wir haben leider keine Zmeid mehr Komm wir rennen einfach rein wenn die kommen Ja komm hier Renn doch einfach rein Renn doch einfach mit dir runter Wichser Dämliche Pissnase Abfahrt da Abfahrt Los rein Eine schöne Abfahrt Jungs Eine schöne Abfahrt Abfahrt Warum kriegen wir denn noch Defetten? Naja Wie hype wir alles sind für die Kette Und der Ende ist dann immer so Aaaaah Und wir kriegen einfach nur einen Lass mich zurück Warten die Zeugscher wieder Warten die Zeugscher wieder Wasser Hier kann man mal sterben Oh wat? Und ihr tickt den Kacktönen mit mich ihr Wichser War ja kein guter Unzeug Hey Also ich wette wenn du So dein Wettwaffe gelassen hättest Hätt er wirklich gefängt Ja natürlich Aaaaah Na noo Good luck Joe Oh Hallo Also nächstes Game wird ein bisschen getrollt Oder was machen wir Nein 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 Aber ich will ihn gewinnen? Ja Wahrscheinlich Du bist langweilig Du bist Traster Okay Dann vergeht nicht an die Leute zu disrespekten Will ich disrespekten Der gegnerische Initiative wird bald wieder aufgewacht Ach Joe komm Ich hab 100 HP Oh ich hätte mir jetzt noch ok'n können GG GG So ab ins nächste Jetzt spiel ich Pike Ab ins nächste Jetzt spiel ich Pike 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 Kann nichts Ba 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 No code 2 steht drin Ja ne Klar Haut rein Boys Haut rein Boys Untertitelung des ZDF, 2020